Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf dem Kanal. Wir sind wieder bei Railworlds Online mit drin und ich bin heute nicht alleine, der Chris ist mit dabei. Hi Chris! Hallöchen! Alles klar bei dir? Ja, doch, soweit, auf jeden Fall. Ah, so muss ich das. Ja, liebe Leute, es gibt News Railworlds Online, es gibt eine neue Testbranche, wo sie das Physik-Update mit reingebracht haben. Soll heißen, die Wagen haben jetzt ein Gewicht je nach Beladung, Rollwiderstand etc. Macht das Fahren wesentlich schwieriger, ein paar Testfahrten habe ich schon gemacht. Die extrem langen Züge, das ist vorbei, außer man nutzt 3-4 Logs, aber die können das nicht mehr ziehen. Und ich habe ein bisschen die Strecke umgebaut. Einerseits hier zweigleisig, verlängert und da hier die Abstellung. Und das ist auch schon unser Testzug, den ich gerne zum Eisenberg bringen will. Wir haben hier Wagen mit einem Gewicht von 4,4 Tonnen und davon haben wir 18 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und die wollen wir hier mit der Tiger nach oben bringen. Das ist die Frage, ob das geht. Mit 12 Wagen habe ich es bereits getestet, aber nicht mit so vielen. Das wäre jetzt der Belastungstest, ob wir da raufkommen. Wir sprechen hier gerade von einem Gewicht. 18 Wagen? Mhm. Wir sprechen von einem Gewicht von 72 Tonnen. Das kriegen wir schon nach oben, oder? Ja, wir versuchen es. Oder 72? Ja, mehr. Ja, knapp 81 Tonnen. Knapp 81. Ja, müssen wir mal gucken, ob die Lok das schafft. Ja, wir haben sie soweit schon mal vorbereitet. Wir müssen eigentlich nur noch Wasser noch füllen. Und da gibt es auch noch ein Update. Man kann hier dem Wasserstand zugucken, wer nach oben geht. Und wenn er dann hier voll ist, gibt es einen entsprechenden Effekt. Und den wollte ich euch mal zeigen. Das heißt, wir werden hier mal den Kran nach unten bringen. Hoffen, dass ich es treffe. Ja, das schaut gut aus. Ich gehe mal kurz in die Lok, um zu gucken, ob es mehr wird. Ja. Und dann müssen wir jetzt effektiv nach dem gehen, wenn es hier dann raussprudelt, dass hier dann voll ist. Ihr dürft jetzt nicht auf die Anzeige da drin gucken, wenn ihr dann mit F in die Lok reingeht. Das kann aber eigentlich nicht allzu lang dauern, bis hier voll ist. Schauen wir mal, ob man es sieht. Ja, genau. Das geht so ganz bisschen nach oben. Immer wieder mal. Das schaut so komisch aus. Dass ich hier drin stehe. Ja. Ja, da hoffe ich auch, dass die da nochmal ein Patch zu raus bringen, dass man dann quasi auf den Wagen drauf steht. Also hier auf dem Tender zum Beispiel und nicht mittendrin. Ja, so eine Kollisionsabfrage. Wird nur Sinn machen. Na ja, und wenn wir die Fahrt geschafft haben, dann müssen wir hier Holz runterbringen. Denn hier habe ich alles aufgebraucht für die Lok da. Diesmal so ein Ding noch. Kupplungen habe ich auch schon vorbereitet. Sprich, wir müssen eigentlich nur noch ankuppeln. Und dann losfahren. So, was macht das Wasser hier drin? Könnt vielleicht doch noch ein bisschen was brauchen hier. Jo. Oh, cool. Du kannst dich hier reinknien. Sieht das noch besser. Oh. Also was, wie bin ich in den Tank reingekommen? Okay, wusste gar nicht, dass das geht. Komisch. Drei, zwei haben wir schon. Also. Das. Ich könnte jetzt etwas Böses darüber sagen, aber man war ja früher oft lange unterwegs. Und wenn man da mal ein Bad gebraucht hat. Ja, warum nicht? Wenn man durch die Luke gepasst hat. Wobei wäre es nicht einfacher, da einfach unter den Wasserkrand zu stellen? Ja, bestimmt. Ist bestimmt schön kalt. Ja gut, also. Früher gewaschen haben sie sich ja hauptsächlich dann in Flüssen. Oder, äh. Ja, es gab halt tatsächlich diese Wannen, die dann mit Wassereinmann einfach aufgefüllt wurden. Äh, Stichwort Badetage. Ja, weil sie haben sich auch gar nicht gewaschen, aber okay. Ich glaube, das dauert hier noch ein bisschen. Das dauert aber tatsächlich. Also. Ja, wir warten einfach mal. Okay, das hat von oben gar nicht immer so leer ausgeschaut. Also wir könnten eigentlich schon fahren. Ähm. Sonst machen wir es mal anders. Wir probieren jetzt mal die Zugfahrt. Bei Wasser haben wir eigentlich genug. Und wenn wir dann eh eine Pause machen, dann kann man währenddessen ein bisschen auffüllen lassen. Dann ist es nicht so langweilig für die Leute. Und wenn es dann kurz voll ist, dann sehen die Leute den Effekt. Du mein Plan. Ja, gut. Das müssen wir machen. Weil jetzt will ich mal selber hier gucken. Ja, das... Haut der Ruhi ist doch. Servus. Schön, dass du da bist. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal... Gehen erstmal wieder hoch. Gut, ich mache Wagenmeister. Ich stelle dir mal die Weichen. Na? Ich soll zu. Du brauchst eigentlich eh nur hier rückwärts fahren. Die ist... Doch, die ist gelöst. Handbremse ist ja auch gelöst. Sonst wird es schwierig. Ja, die ist gelöst. Obwohl, hatten wir gerade schon festgestellt, funktioniert auch. Also die Kraft, die hat die. Also die Kraft fürs Baggerfahren. Ja, uns soweit ganz gut. Hoffentlich die auch. Und hi, Darkstyle. Bin mir nicht sicher, ob man das richtig ausspricht. Also über die Weichen musste, wo ich gerade stehe. Und dann fahre ich einmal mit. Sehr gut. Oh, Darkstyle ist richtig, Gott sei Dank. Ja, da kannst du wieder vorwärts fahren, ne? Ja. Menschen. Steuerung vorwärts. Bremse gelöst. Dann heißt es ja mal ankuppeln. Dann wirst du dann gleich merken, wenn dir das Gewicht nicht dran ist. Das ist so ein krasser Unterschied jetzt mit dem Update. Also es sollte alles richtig gelegt sein. Ja, warte eben kurz. Ich mache hier gerade nebenbei auch noch Kleinigkeit. So. Wunderbar. Ich glaube, hinten das haben wir richtig eingestellt. Jo. Dann kannst du dann auch schon wieder retour. Dann gebe ich einmal die erste große Ladung hinten ran. Also mein Gefühl ist, es wird ziemlich eng, da die Strecke raufzufahren. Ja, könnte ich mir sogar vorstellen. Mach Piano hier, ne? Mach er schon leise. Irgendwann Musikerwitz. Jetzt haben wir so 10 Meter. Ja. 5, 3, 2, 1, Ist gut. Perfekt. Warte noch, bevor du losfachst. Dann kann ich nochmal alles kontrollieren. Okay. Sieht alles windabel aus. Gut. Kannst abfahren. Okay. Dann gebe ich jetzt mal Leichtschub. So, 13%. 32%. 32%. Oh, macht aber ein bisschen langen ganz gut mit. Ja, warte noch ab, das ändert sich. Hehehehe. kann man sich mal rollen lassen. Oh, das brauche ich ohnehin schon. Und anhalten. Oh. Du hast jetzt besser angehalten, als ich dachte. Okay, du musst doch 2, 3 Meter nach vorne. Ja, dachte, er braucht ein bisschen mehr mit dem Gewicht. Anhalten, dann weiterfahren. So, jetzt ist gut. Kannst gerade wieder retour. Ja, warte. gestellt. So. Wie ein Profi. Bin ja auch Profi. Bisschen langsamer. Zehn. Was wollen sie da? Fünf. Zwo. Eins. Ist gut. Warte noch stehen bleiben. Habe ich gerade auch mal den Chat offen. Es passt. Gut. Kannst abfahren. Jo. Oh ja. Ich glaube, das ist weiter der Chat. Schaffen wir es rauf oder nicht? Jetzt mit einem neuen Physik-Update. Also, rauf schaffen wir diese einen Lokomotive ohne Hilfe. Ich muss aber gerade echt sagen, die Tiger, die macht das bis jetzt ganz gut mit. Ich hoffe, das bleibt so. Kannst anhalten. Und man kann es gerade schon mit der Retour fahren. Ja, wenn er angehalten hat. Alter, das Gewicht ausdrückt. Das Gewicht ausdrückt natürlich jetzt. Ja, kommt noch mal 16 Tonnen. Ich meine, alles fliegt in die Luft. ist auch eine Möglichkeit. Wer nicht das erste Mal? Nee, tatsächlich. Langsamer. Langsamer. Ja, ich bin schon voll drin. 10 Meter. Okay, warte. 5, 3, 2, 1. Ist gut. Super. Okay, dann prüfen wir den Rest hier noch. Okay. Wunderbar. Ja, an die Lok. Zug ist abfahrbereit. Ab zum Eisenberg. zum Eisenberg. Yo. Ich check mal ganz fix die Weichen. Wait, wie ist es denn? Du kannst schon die ist noch falsch, die ist richtig, die ist falsch. Ich kann es euch dabei zeigen, ich nutze das hier das mit Railroad Zone Extended. Das ist alles richtig. Okay. Ich bleib mal hier hinten. Ich kann mich eigentlich hier reinsetzen. Naja, wo weiter haben wir wieder diese mega Zitterpartie hier drin. Und da sagen die Frames mal wieder Abschied. Die Kurve da vorne habe ich auch neu gebaut. Die ist jetzt schön durchgängig. Also mit einem leichten Winkel. Also in der Krönigkeit würde ich jetzt erstmal bleiben, bis der ganze Zug auf der Holzbrücke drauf ist. Und da muss ich vermutlich die voll reingehen. Und nur so als Vorankündigung. Es gibt dann die große Eisenbrücke, die über das Tal drüber geht. Die hat einen Knick am Anfang drin. Da musst du langsam drüber fahren, ansonsten hältst du da die Wagen raus. Das habe ich noch nicht korrigiert. So als kleine Challenge. Wollte ich begrüßen der Bravura Netz GmbH. Also jetzt will ich die ganze Länge sehen, glaube ich ist es zu viel. Du bist irgendwie so in weiter Ferne da vorne. Also ich sehe gerade den letzten Wagen tatsächlich nicht. Okay. Ich sehe dich gerade wie du da drauf stehst. Tittemir ist gar nicht. Entschuldigung das war einer von den Krähen die ich gerade gesehen habe. Okay nee also ich sehe dich nicht. Ja wir könnten eigentlich hier das Licht anmachen. Auf rot. Nois gleich viel schöner. Mach nicht zu schnell du. Hm? Das ist ein langer Zug. Ja und ich bin auf der Holzbrücke hier geht es auf. Ja ich bin aber nicht drauf. Jetzt bin ich dann langsam drauf. Alter alles also die Lok ist ganz gut hier am ruckeln. Also als wenn die entgleisen wollte aber sie hält sich wacker auf den Schienen. Was ist denn das für ein komitier bravo oder krähen wo ist da der Unterschied alter also jetzt sehe ich dich nicht mehr du bist jetzt da irgendwo in der Kofe verschwunden aber bei der großen Stahlbrücke muss ich dann langsamer fahren als wie jetzt noch besser als gedacht ich hoffe gerade einfach nur dass die mir jetzt hier nicht verreckt in der steigung ich glaube jetzt kommt die rechts kurve und dann die brücke bei dir rechts ach ne moment da geht es noch weiter rauf ne also jetzt gehst in die links kurve rein dann geht es ein bisschen gerade aus dann kommt die rechts kurve und nach der rechts kurve kommt die brücke die ist mein da geht es noch mal dick steiler nach oben ok da glaube ich dass die verhungern wird dann wissen wir schon mal was die maximale grenze ist für die lok und der bergstrecke doch auf den nächsten fügen sie das noch ein dass wenn die lok zu heiß wird die explodiert es wäre interessant na aber das mit der wartung müssen sie echt machen dass du da Geld ausgeben musst wenn Sachen kaputt gehen oder sowas aber ich meinte da haben sie schon darüber diskutiert im Zuge des Lok Schuppens dass du da die Lok rein bringen musst oder bist über das stück schon drüber ja bloß nicht schneller komm Tiger nicht verhungern nicht verhungern also ich bin die ganze Zeit also bei mir sieht es gut aus ja da sieht man den Knick der ist böse ich würde gerade nur immer langsamer man hört richtig wie die arbeitet okay wir sind jetzt über den Knick drüber schlimmste ist vorbei einen Kilometer hast du ungefähr noch da geht es noch berg nach unten gute bremsen gut du bist hinten auch noch dran du kannst gegebenen falls handbremsen anziehen das kann ich machen im schlimmsten fall ja okay also für die zukunft nicht mehr als 18 wagen zumindest mit den es ist ja dann unterschiedlich mit was sie beladen sind also holz zum beispiel die balken haben dann anderes gewischt ist doch ganz cool gemacht die kohle und eisenerz züge glaube ich sind die schwersten und gut also der ist jetzt auch nicht gerade leicht nö aber es geht noch schwerer also die gezüge zur kohle eisenherz die muss mit doppeltraktion fahren das schaffst nicht mit einer so viel kann ich schon mal sagen da kann ich auch mal ein denkbar platzieren wenn du dann bei dem großen güterbahnhof bist das wirst dann sehen wenn du da bist bleib du dann mal so mittig stehen oder wenn du auf Höhe von der besonderungsanlage bist wirst erkennen wenn du siehst ok ah scheiße ich sehe nicht wie die weiche liegt es sollte passen nein ah dann anhalten bleib stehen bleib stehen stehen bleiben Ah, warte mal, wenn wir die Bremsen hier wieder lösen. So, Bremsen gelöst bei mir. Sehr gut. Beinahe, fail. Das, was jetzt gewesen ist, hier den Zug wieder aufgleisen. Oh, oh ne, oh ne. Aber tatsächlich, die Taiga, die macht das ganz gut mit. Na, ich glaube, das ist mein Vorteil, dass ich die Strecke nicht allzu steil hier gebaut habe. Mhm. So, wir sind jetzt über der Weiche drüber. Mhm. Ach ja, Leute, die Denkmal-Lock ist keine Denkmal-Lock mehr. Jetzt mit dem Update macht sie doch wieder Sinn. Aber ich habe sie wieder in den Dienst gestellt. Die steht aktuell bei der Kohle-Mine oben. Eine sehr kurze Ruhepause. Und da vorne der neue Güterbahnhof, den ich gebaut habe. Oder schon länger in Planung gehabt habe. Den meinst du jetzt? Ja, genau. Wo wir gerade durchfahren. Der ist viergleisig, weil das erste Gleis mehr so als Durchfahrtsgleis dient. Und die anderen drei zur Abstellung. Der ist noch richtig schön geworden. Da kann man die richtig langen Züge auch deponieren. Geht da vorne um die Kurve. Und ich laufe jetzt mal ein bisschen in die Richtung. Hier hinten das Depot beim Sägewerk habe ich auch neu gemacht. Das zeige ich euch aber später. Da steht schon ein Holzzug bereit. Und also wir haben hier zwei Kurven drin. Und da vorne stehen die dann Cheerlocks. Inklusive Wasserturm und Besandungsanlage. So wie auch die Tankwagen. Für die ich aber noch keinen Nutzen habe. Ich dachte ich kaufe das erstmal und du sie mal hier abstellen. Und... Bin ich für das Öl verwenden? Jaja, aber die Industrie wo ich es dann brauche, die ist noch nicht angeschlossen. Das muss ich noch machen. Und da habe ich die 101 und die 5. Das sind die zwei Berg-Lokomotiven, die im Konvoi dann zur Kohle-Mine oder Eisnerz-Mine dann rauffahren. Weil nur eine schafft es nicht mehr. Und die zwei kleinen, das sind so quasi die Rangier-Loks für hier. Um hier den Konvoi zusammenzustellen. Und gleich dahinter habe ich die Besandungsanlage hingestellt. Noch habe ich es nicht gebraucht, aber ich dachte, ich stelle es mal dahin. Ähm... Chris, kannst du durchfahren. Ich wollte es eigentlich nur mal ganz kurz hier zeigen. Na dann. Eigentlich könnte ich ja warten, bis sie des Kabus wiederkommt. Fing auf, Junge. Nee, noch nicht. Was ich gerade gesagt habe, äh, bitte nur in Spielen machen. Kannst du aufspringen. Hm? In echtem Leben? Nein. Nein, mach das nicht. Könnte wehtun. Könnte sehr wehtun. Könnte auch fürs Runterspringen. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass du die Weichen alle schon gestellt hast. Wenn du jetzt noch rechts fährst, dann passt's. Äh, ja. Und sobald ich dann aus der Kurve draußen bin, kannst du Vollgummi geben. Gut. Ja, sehr gut. Wahnsinn. Wird aber halt die längste Fahrt ohne Unfall bei uns. Sag es nicht so laut. So, du sagst mir, wenn du hinten raus bist. Mhm. Weil ich seh das von hier aus so nicht. Ja, aber... Denk mir ab jetzt kannst du volle Pulle gehen. Das Depot da hinten muss ich auch mal einen neuen machen. Hm. Hm. Es sieht nicht schön aus. Beziehungsweise eigentlich braucht es gar nicht mehr. Ah, wenn du dann auf die erste Weiche zukommst. Es wird noch ein bisschen dauern. Da ist der richtige Weg nach links. Hm. Ich mach mir hier mal ein kleines Feuerschein. Es zittert hier drin. Nee, das ist nicht schön. Äh, ich glaub der ganze Zug zittert. Ja, der Mannschaftswagen, der ist einfach voll, wenn man rumzieht dann. Aber der Wagen danach... Der ist... Ein bisschen weniger vom Gefühl her. Sieht zumindest nicht so schlimm aus. Bei den Kapuus kann es einfach nicht drin sein. Ähm, bei der Abladeplattform sind es dann die erste Hälfte, wo du anhalten musst. Das sind zwei Bereiche. Wo du dirigierst? Ja, du hast ähm, der hinterher Bereich ist für die Kohle und der vordere ist hier da für die Eisendinger. Da muss man die abladen. Kann ich nicht mehr zu dir vorkommen, aber weil ich warte, um zu schauen, dass sich hier nichts löst. Äh, schon. Bildt ihr zwei zusammen? Ja, aktuell schon. Ja, Chris, geht da noch was? Oder ist das schon das Maximale? Ich bin schon auf 100%, also... Lass mal ein Turbo da vorne. Ich glaube, 16 kmh ist ja das schnellste, was die alle hier fahren. Joa. Das ist aber schon, äh, dann eine ganz gute Geschwindigkeit. Also, auf jeden Fall sehr authentisch. Ja, aber zumindest die Eureka könnte ein bisschen schneller fahren. Mit einer entsprechenden Übersetzung. Ich finde, die schafft echt ein bisschen mehr als 16. Abweg links, links, ja, oder sieht gut aus. Okay, dann kann ja fast nichts mehr schief gehen. Aber nur fast. Da kommt eine Linkskurve und eine Rechtskurve und dann ist eigentlich schon der Abladebereich da. Ich komme jetzt mal zur D4. Ja, ich lasse jetzt einfach erstmal rollen. So ein bisschen den Schwung mal ausnutzen. Na, okay. Mal kurz überlegt, ob ich hier abstecke und die Weiche für die Rückfahrt mache. Dann komme ich vermutlich nicht mehr hinterher. Ist eine doofe Idee. Ja, der ist da vorne, sieht auch richtig aus. Und ansonsten habe ich eigentlich keine Weichen verstellt. Ich bin gespannt, ob sie das gleich beim ersten Mal richtig rein der bremst. Also drei Wagen sollten Platz haben bei der ersten Plattform. Drei Stück, okay. Drei Stück, okay. Drei Stück, okay. Das ist dann die Trennung. Mhm. Langsamer. Ja, ist gut. Perfekt. Perfekt. Laden. Nice. Kannst du wieder weiterfahren? Ja, Sekunde. Dann hätte man das hier auch wieder aufgefüllt. Langsamer. Rollen wir genau in der Geschwindigkeit weiter. Wollen wir rollendes Entladen machen. Ja, sehr gut. Das geht wirklich sehr gut. Kannst sogar einen ganz kleinen Tick schneller fahren. Jetzt bleibe ich einfach hier so stehen und werde entladen. Nice. Okay, ein paar Wagen haben wir noch und dann ist fertig. Lass vielleicht mal ein bisschen rollen. Hm. Lass ich gerade die ganze Zeit. Drei Wagen noch. Das ist natürlich echt das Geniale. Du hast hier wenig Rollwiderstand. Also wenig bis gar keinen durch das Gewicht. So. Entladen. Dann kannst du dich losdüsen. Jo. Ich schau mal schnell wegen der Weiche. Äh, wo ist denn jetzt Extendetchen? Okay, meine Schuhe hat sich gerade verabschiedet. Du wirst auf eine Weiche zufahren, die falsch ist. Äh, ich werde rechtzeitig anhalten. Anders formuliert. Ich werde versuchen rechtzeitig anzuhalten. Hehehehe. Hehehehe. Gebe mir Mühe. Stimmt, ist mir klassisch. Hm. Du weißt doch aus Arbeitszeugnissen. Er war stets bemüht. Hehehehe. 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 Ja, lass das lieber korrigieren. Dann müsst ihr nochmal zum Arbeitgeber hin. Zur Personalabteilung. Oder je nachdem wer das da macht. Äh, und dem sagen, den Satz möchten sie bitte da raus streichen. Hehehehe. Wobei, ich glaub das ist die zweite Weiche, die falsch ist. Aber acht mal drauf. Du müsst gleich mal kommen. Das Problem ist, dass man die Hebel erstmal so spät zieht. Okay. Jetzt die erste. Das... Sieht richtig aus. Aber die zweite ist hundertprozentig falsch. Äh, ja. Ja, ich seh sie schon. Ich würd sagen, wir bringen das bis zum Güterterminal. Und dann bereiten wir noch den Holzzug vor. Wir bringen den auch zum Güterterminal. Und dann fahren wir zu zweit runter zur Schmelzhütte. Äh, ja. Also du mit dir hier. Und ich fahr dir hinterher. Hm? Okay. Machen wir so. Wobei, jetzt werd ich nochmal Extended starten. Ich könnte das eigentlich schon mal vorbereiten. Wo ist das Tool? Da. Wollen wir nochmal kurz attachen. Na komm schon. Du schaffst es. Wird mich jetzt nämlich mal schnell teleportieren. Und zwar... Da hinten. Das hat jetzt mal überhaupt nicht funktioniert. Aber okay. Also ich bin jetzt schon mal beim Güterterminal. Und ich mach da grad die zwei Berg-Lokomotiven klar. Oh scheiße. Jetzt hab ich auch für sie das CD geschaltet. Entschuldigung. Ah, warte. So. Okay. Das wär das. Wow. Das find ich gar nicht toll, wenn ich so weg bin. Mhm. Okay. Dann werden wir da mal die Bremsen lösen. Und dann nochmal mit der hier fahren. Und die Weiche nochmal umlegen. Bevor du da auf die Haupttrasse wieder fährst. Also kurz vor dem Güterterminal. Bleib in der Kurve nochmal stehen. Ich muss da mal kurz rausfahren. Südeli. Up geht's. Naja, jetzt machen sie es bei mir auch mit dem Zittern Ach ja, die Performance von Thüringen im Spiel, wie ist da träum ich hin? Mir ist gerade etwas sehr interessantes aufgefallen Wo ist denn? Und zwar der Wasserstand in der Lok, also im Tender, der steigt Ja, das ist die neue Berechnung Das ist unbeschräg Also man kann die Anzeige momentan auch nicht mehr dafür verwenden Und sie schon ab voll ist, deswegen haben sie jetzt hier die Animation Mit dem Überlauf Ja Ich hoffe ich kann jetzt nicht mit dir in den Zug rennen Das wäre sonst ein bisschen Damage Momentan bin ich glaube ich noch weit genug weg Naja, sehr gut Ja, da ist noch frei So, dann wenn wir hier mal umstellen Ja, wenn du dann mit den Zwillingen fährst Wir müssen in die Richtung Ah, ich seh dich Ja, da musst du hier dann anhalten, weil die Weichen sind jetzt gerade falsch Für dich zumindest Da bist du ja schon Ja, da bist du ja schon So, wie schallinu? Nice Äh, ich das für dich jetzt gerade wieder richtig machen Dann kannst du deine erstmal abstellen Äh, die war's Gut Vorweg ist frei Sehr gut Oh shit Äh, meine Maus hat sich gerade geschwert, dass er nur noch 5% Akku hat Ist super Hm Moin Und tschüss Hi Bye Hast du jetzt noch alles hinten dran Sehr gut Oh, das ist sehr gut, das freut mich Ähm Ich glaub ich spring mal mit rauf Und sag dir Wann du über den Weichen bist Aber ist schon praktisch, wenn man so mitfahren kann Ey, das kostet aber extra Das ist meine Eisenbahn Verdammt, da war ja was Verdammt, da war ja was So, gleich hast du's geschafft Ja, kannst anhalten Ja, dann lassen wir den erstmal hier so stehen Wirst du mir überlegen, wenn wir dann hier mit dem Zug runterfahren Mal eh nicht hier rennen So, ich hab die Bremse dran Eine Zwei Zwei Gut Handbremse Und Handbremse Tender Und die ersten beiden Wagen Hehehe Hehehe Da ist er ja Also ich geh mal in die 101 rein Jo Mit zweitem TF rangieren Hehehe So, und das geht's Äh, ja So, warte Du fährst? Kannst du mir auswählen? Ja, ich fahr Gut Und den erstmal nur ziehen lassen Okay, die Weiche ist schonmal falsch Okay Das wär behoben Und fahr mal weiter Erfahrungsgemäß müsste auch die zweite hier falsch sein Weil ich immer anders rauf fahr' Oh, die Five haben sie aber angepasst Klingt geil Oh, die ist auch falsch Ich hab's gewusst Wobei Übernimmt du mir das fahren Aber langsam Sehr gut Altert die schlechte Bremsen Hast du auch mit deiner machen können? Meine hat nur gerollt Naja Dann geh ich jetzt mal in die 5er rein Nein, nein, nein Die macht aber gut Druck Ich glaub ich mach mal das Spiel dezent leiser Die Loks sind ein bisschen laut Ah, bei der Koffel muss da ein bisschen aufpassen Da hat's nen Knick drin Ja, eh genau da Aber Wird da noch spannend, wenn wir da mit den Wagen runterfahren Da bin ich jetzt hier schon ein paar Mal geleist Ich soll's mal neu machen Wäre vielleicht eine Überlegung wert Und da vorne bin ich gleich die Wagen stehen auf unserer Strecke Deswegen nur noch ankuppeln und dann aufladen Ja Du hast gerade Gas oder wie? Jetzt nicht mehr Gut Dacht ich nämlich schon Äh, bleib nochmal kurz davor stehen, weil ich glaub die Kupplung ist nicht vorbereitet Let me see Okay, war's nicht Kannste ran 5 3 2 Geht ein bisschen was Ja passt Und wenn wir mal hier den ganzen Rest kontrollieren Es sieht eigentlich okay aus Ah, da haben wir sogar noch was drauf Stimmt, das konnte ich ja nicht entladen Das ist auch okay Was hier hinten gar nicht angezogen hat Okay Ja Da Ziehen wir ganz langsam Ich will mal gucken, ob hier alles mitkommt Das sieht nicht schlecht aus Da bewegt sich alles Dann kannst du jetzt mal so anhalten, dass die ersten zwei Wagen irgendwie so mittig vor die Kräne da sind Mal gucken Äh, ist gut Und Mal da wird schon mal starten Das ist aber das langweiligste, weil das Aufladen aber gehört dazu Ja Leute, ich würd sagen Für YouTube gibt's mal eine kurze Schnittpause, für Twitch gibt's erstmal eine Musikpause Und wir werden erstmal kurz aufladen und dann kommen wir auch gleich wieder Ja Also Musik ab So liebe Leute, da sind wir auch wieder da Das Spiel ist jetzt mal durchgestartet, denn die Frames waren für den Arsch Sind's auch nach wie vor, aber nicht ganz so sehr Ja Ähm, und wir haben gerade rausgefunden, dass der Wagen jetzt hier voll beladen 9,6 Tonnen wiegt Warum zeigt das jetzt nicht mehr da Also um einige schwerer als die Wagen, die wir vorher gehabt haben Und äh, ja das wird spannend zu fahren Und auch spannend, ob diese Kupplung hier hält Schau dir das mal an, Chris Warte Könnte sein, dass uns da was abreißt Äh, ich wissen welche, wo bist du? Da Sieht so ganz verbunden aus Oh Aber Handbremse war keine angezogen, ne? Ne, aber ist halt das Spiel Es könnte sein, dass dran ist, wir werden's dann gleich merken Also ich würd sagen, wir Wir düsen mal und schauen, ob das eine Magische Kupplung ist oder ob sie wirklich getrennt ist Ja Schauen wir mal Welche willst du? So, welche Wollte ich dich auch gerade fragen, welche möchtest du nehmen? Geh ich in die 101 rein Gut Ja, dann äh, warte mal Ich könnte vielleicht Holz nachlegen Das schaut grad nicht so gut aus mit der Warte, ich denke auch noch mal ein bisschen Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen wegen den Weichen Ich werde das mal schnell im Tool anpassen Äh, dass wir hier gerade ausfahren Jetzt Das ist falsch Das ist falsch Das ist falsch Äh, das ist richtig Falsch Dann sehen wir auch gleich das neue Depot Ja, so machen wir das Bin bereit Was? Das sah gerade interessant aus Was? Das sah gerade interessant aus, dass ich hier gucke ja nebenbei auch noch mit auf den Stream drauf Äh, das sah gerade aus, als wenn einer von den Wagen etwas entgleist ist Und du hast gerade gezeigt, dass beim Holzdepot Einer fasst den Kreis Der grüne Hast du es ihm gesehen auf der Karte? Grüne Ach, da Ah, jetzt weiß ich was du meinst Okay, okay Ähm, soll es eigentlich nicht Aber werden wir dann sehen Manchmal zeigt er sich hier nicht richtig an So, ich bin bereit Ha? Wie hat man den Bremsen gelöst? So, meine ist jetzt auch gelöst Und bei der Kurve da vorne einfach aufpassen Ja, warum kann ich jetzt meine Ansicht nicht mehr ändern? Hallo? Ah, jetzt Und steig einfach nochmal aus Ja, hatte ich gerade schon gemacht und bin wieder drin Alter Voll am Bremsen Das Ich bin 100% drin Ich nicht, ich roll gerade nur mit Aber kannst jetzt eh wieder loslassen, da gehts nach oben Also bei mir sieht das mit den Loks gerade übel aus Die haben gerade richtig heftig gezuckt Ja, bei mir ist alles normal Nur die Frames sind ich normal Das geht nicht klar, sobald sie da berg hoch geht Äh, jetzt zieh nicht zu schnell Aber es sieht so aus, als hätte man eine magische Kupplung Das ist uns noch nichts abgerissen Nack ist nicht zu laut Jetzt kann fast nichts mehr passieren Könnte nur sein, dass wir beim neuen Depot vielleicht stecken bleiben Weil die Strecken habe ich noch nicht getestet Ob man sie befahren kann Ich hatte gerade im Kopf drin, dass man eigentlich die beiden Zugverbände zusammenkoppen könnte Aber in der Vergangenheit war das nicht so gut, wenn man das gemacht hat Nein So, weil wir es gerade eben schon mal angesprochen hatten, jetzt habe ich ja einmal die Möglichkeit auch zu machen Die Schiffgreif-Signal Einmal dreier nach durch Das wäre jetzt das Achtung-Signal Bremse mäßig anlegen Wollen sie stark anziehen Wollen sie stark anziehen Okay Wollen sie lösen Wenn man der Dampfer kannste es auch gut machen Das finde ich wunderbar Dann das ist ein Notsignal Das wäre... Brich wegen Chris irgendwas Okay, der Regler ist bei mir gerade ein bisschen Aber okay Das ist mir jetzt das neue Depot, das ich hier gebaut habe Und rechts Ist die Schwester-Lokomotive von der Tiger drin Und die Eureka Und links ist aktuell noch leer Ich muss gerade einmal meinen Thron nochmal anpassen Vom Spiel oder von mir? Äh, vom Spiel Das Spiel war gerade noch ein bisschen laut Ich hab jetzt doch die ganze Zeit am rumpfeifen Nein Ich mach jetzt allgemein von äh, Geräuschen Also die Geräusche, die sind lauter als du Obwohl ist das ein Nachteil? Das ist jedes Mal, wenn ich reinschaue, ist die Map näher zugepflastert Ja, man muss ja optimieren Also das Größte ist eigentlich hier Das Scooter-Terminal Ob das Depot ist umgebaut Oder ansonsten ein paar Schönheitsarbeiten Sonst hab ich nicht allzu viel gemacht Na, wenn wir über die Weiche drüber sind Können wir anhalten Und dann äh Okay, dann Rollen Ja, kannst mal anhalten Ähm Ich brems auch mal mit Geht schneller Ja Ich würd sagen Ich probier mit Ich probier die blöden Wagen hier nicht drüber Ähm Ich würd sagen Ich nehm den Zug hier Du nimmst deinen Und dann fahre gemeinsam runter zur Schmelzhütte Okay Okay Das können wir so machen Dann Ich muss eigentlich nur bei dir Die Weiche Da korrigieren Das mach ich gerade mal Aber wo hast du planen alles zu bauen Zu den Emil plant Okay Wo bist denn du? Bist du runtergefallen? Ja, ich bin hier vorne Ich bin Aus der Lok raus Und jetzt Äh, ja Ja, ich kann ja nicht auf das Holz hoch springen Das Ah doch, jetzt hab ich Das ist Bitter schwierig bei denen Also Ich komm hier nicht rauf Du musst über die Ecke Fein Ah, fuck Jetzt bin ich schon Abgeschützt Ja Ähm Ähm Da geh ich einfach fortfahren Äh So, warte mal Ich hoffe ich schaff das jetzt mit einer Lok Äh, denk daran Ich muss die Bremse noch lösen Und jetzt muss ich gucken Wo mein Zug gestanden hat Äh Auf dem ersten Gleis Also von links gesehen Ah, da Da Da, 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 da Okay Ja, ich bin wieder oben Nice So, mal schauen wir mal Ich kriege seine Lok Die ist okay Kann ich bei mir mal die Bremsen lösen Der Zug macht keinen Abflug Das finde ich super Okay Favouras Plan Alles zuzubauen Ist ein Evil Plan Äh Ja Ja Zweigleisig wäre nochmal was Aber das ist so ein mega Aufwand Also auf der Bergstrecke nicht Aber vielleicht unten am Land werde ich es nochmal machen Ist mit deiner Look aus Kalt Oder kann die fahren Äh Ich bin fast da Meiner, der, äh Möchte nicht mehr laufen Der ist schon so alt und gebrechlich Ich schau mal ob ich überhaupt anfahren kann Oi Der ist Ja, okay, geht War nicht mal so schlecht Ich werde schon mal so ein bisschen langsam fahren Und die zweite kann nicht mal da rein was tun holen Wenn ich Hilfe brauche Ja Also meine ist eiskalt Machst ab sowieso zwei gleich auf C hoch oder mehr? Nein Man kann es auch übertreiben Nein, man kann es übertreiben Also wenn du es realistisch machen willst Äh Es gibt nur zweigleisige Strecken Auf der Bergstrecke Was? Zweigleisigen Berg hoch Ist ja schlimm, ey Na Geht Da gibt es alle höchstens Ausweichstellen Ja gut Es gibt auch noch eingleisige Strecken Aber das höchste ist eigentlich tatsächlich Zweigleisige Strecken Wenn du Wenn du Irgendwo mal siehst Wenn du Irgendwo mal siehst, dass da vier Gleise als Ich sag mal als Strecke nebeneinander liegen Das sind zwei verschiedene Strecken Machen sie ganz gerne mit Schnellzügen oder beziehungsweise, dass die Personen und Güterbahn trennen Aber ansonsten Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass du so größenwahnsinnig bist und Maschen 2.0 baust Hab da unten ja schon mal angefangen Ja Wer es nicht kennt Maschen der größte Güterumschlagbahnhof in Europa Das ist glaube ich sogar Und der zweitgrößte weltweit Was ist dann der größte? Das ist in den USA Jetzt muss ich selber nochmal gucken, wie der heißt Da gibt es auf jeden Fall einen Bahnhof, der ist noch größer als Maschen Und wie ich sag, Maschen ist schon verdammt groß Kann es auch übertreiben Ne, ne, ne Mach das Feuer da Das ist über 30% Also, was ist mit dem Konvoi da hinten? Ja, ich Bin auf Temperatur Und Ich rolle Okay, also wenn ich die sehe, dann fahre ich auch los So ist So, Rangierbahn Also ne, Maschen-Rangierbahnhof Äh Bei Maschen südlich von Hamburg an der Bahnstrecke Hannover-Hamburg Ist der größte Rangierbahnhof Europas Und nach dem Rangierbahnhof Bailey Yard in dem US-Bundesstaat Nebraska Der zweitgrößte Rangierbahnhof der Welt Mal wieder was gelernt Mal wieder was gelernt Mhm Also wie die Maschen ist Ist schon groß Ich glaub ich sieh so Ein ganz klein Konvoi rein und ferner Der sich auf mich zubewegt Also wenn du siehst, dass da irgendwas auf dich zukommt Dann solltest du dich vielleicht wegbewegen Ja, ich fahr mal Hoffentlich kommt bei dir jetzt alles mit Bist du den Zug einmal in der Länge abgegangen? Äh Abgegangen nicht, ich hatte ja nur drei Bremsen angezogen, das weiß ich Jaja, du musst aber manchmal abgehen, weil die Kupplungen nicht richtig spawnt Also ich würd Ah, da hinten kommt's Kabums Okay, ist alles mit dabei Ich siehs Ist doch alles mit dabei Okay Ja gut Dann, spaßig nach unten fahren Wenn wir die Reise Wenn wir die Reise auf uns nehmen Äh Möchtest du auch ein paar Infos zu Maschen hören? Wenn ja, dann würde ich die eben raushauen Okay Ähm Und zwar in den 60er Jahren, bevor der gebaut wurde Wo der gebaut wurde Äh Da gab es in Hamburg 5 Rangierbahnhöfe Die alle zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre alt waren Und technisch komplett veraltet wurden Zumal in Hamburg damals rund 11.000 Güterwagen pro Tag abgefertigt wurden Okay So Das heißt, äh Die... Für die Zugbildung musste, äh Die ganzen Wagen auf Alle Rangierbahnhöfe entsprechend verteilt werden Das wollte man abschaffen Darum hat man dann, äh Den Bahnhof Maschen geplant Und was in Auftrag gegeben Der Bauhof fing äh 1970 an Äh Und wurde, äh Und wurde, äh Eröffnet wurde er 1977 Die ganzen Warenhöfen So Ich weiß, was mir jetzt gerade einfällt Wegen Maschen Da ein Railroads ohne so einen Abholhügel mal zu machen Oh ja So ein Ablaufberg Das wäre vielleicht auch interessant Das... Das müsste eigentlich funktionieren Ja Muss man mal gucken Aber grundsätzlich würde das ja gehen Spricht ja auch nichts dagegen Oh, ich mein gerade Also, warum ist der Plan den größten Umschlagplatz zu bauen? Äh, das könnte vielleicht ein bisschen dauern So ein paar Stunden Das... Das dürfte wirklich So, jetzt Der, äh Pass auf, der Rangierbahnhof Äh Er nimmt eine Länge von Äh 7000 Metern Also 7 Kilometern ein Und eine maximale Breite von 700 Metern Das entspricht einer Fläche 7 Kilometer lang? 7 Kilometer ist der lang So, das entspricht einer Fläche von Was sagen die hier? 2,8 Quadratkilometern So, äh Bei der Beöffnung betrug die Gesamtgleislänge 300 Kilometer Ja, es waren 6 Stellwerke 825 Weicheneinheiten 100 Haupt 115 Vor Und 688 Rangiersignale vorhanden Hehehe, okay Ja, und jetzt ist Waschen ist, äh Zweiseitig angelegt Das heißt, es gibt einmal Eine Seite für die Süd-Nordverbindung Und dann eine für die Nord-Süd-Verbindung Das haben sie auch ein bisschen vereinfacht So, äh Nord-Süd-System wurden Eine Richtungsgruppe mit 48 Gleisen Und eine Einfahrgruppe mit 16 Gleisen erbaut Äh, in der Süd-Nord Im Süd-Nord-System Äh, gibt es eine Richtungsgruppe mit 64 Gleisen Und eine Einfahrgruppe mit 17 Gleisen Also, das ist schon ordentlich Bei 7 Kilometern denke ich mir jetzt einfach nur Da möchte ich nicht der Wagenmeister sein, der den ganzen Die ganzen Züge ablaufen darf Weil, puh Sagen wir mal, du fährst bei da hinten nicht drauf, oder? Ich bremse gerade schon Das ist immer sehr dicht aufgefahren Aber, ich bin nicht dran, ich bin nicht dran Ich gebe dir mal ein bisschen Ich gebe dir mal ein bisschen Vorsprung So Ah Nee, ich dachte mir jetzt gerade Jetzt kracht's gleich Kommt immer näher Nee, alles gut Nichts passiert Vor dem Rückbau So Was haben wir hier noch? Ah ja, Maschen wurde übrigens zurückgebaut Also aus den Süd-Nord-Verbindungen 64 Gleise Sind auch dann 48 geworden Und im Rahmen der Erneuerung Jetzt muss ich gerade kurz gucken Äh Die haben es geboten Ja, Rangierlokomotiven Die über Funk gesteuert werden Also Rechner gesteuert Also Fernbedienung oder wirklich effektiv über den Computer? Oh, gerade Äh Über den Ablaufsteuerrechner So, äh Rechner geführt Okay Rechner geführte Rangierlokomotiven Die fütterst du mit den Rangierbewegungen Und dann machen die das Äh An Ablaufwerken Das find ich jetzt so geil Also ihr kennt's mit der Fernbedienung aber überhaupt übern Computer Das ist mal neu Ja, das find ich Ich find's recht spannend Gleisbremsen Da wurden verbaut Äh Davon 26 Balken Und 112 Gummigleisbremsen 112 Beidrückanlagen Äh, gibt es Also Beidrücken wenn Äh Wagen noch ein bisschen auseinander stehen Dass die zusammen Nachher zusammengeschoben werden Dass die zusammenstehen Das nennt man Beidrücken Äh, das ist dem, ich habe Äh, die Luftbilder Davon gesehen Die Satellitenbilder Das ist ne Wirklich ne riesige Ne massive Anlage Das glaub ich Erst im Reinen schon von der Beschreibung her Wär mal Besuch wert Hm Wär ich auch Sofort dabei Nuss als Vorwarnung Wenn du aus der letzten Kurve draußen bist Wirst du mich stehen sehen Weil dann werde ich da schon mal entladen Also nicht dass du mal wieder Schnuppern kommst So wie Rui das genannt hat Hehehe Hehehe So Jetzt Baily Yards Habe ich jetzt hier noch offen Also der Bahnhof der ist tatsächlich größer Äh Bei einer Länge von 13 Kilometern Und Äh 500 507 Gleiskilometern 13 Kilometer 13 Kilometer Da kauf ich immer gleich ein Fahrrad 13 Kilometer Befinden sich Die beiden Rangiersysteme Befinden sich Beidseitig der Durchgehenden Hauptstrecke Das Rangiersystem Richtung Osten Baily East Wurder 1968 Eröffnet Umfasst Wollen sie nochmal kurz Ich werde nochmal kurz stehen So Brems 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 Und Und verrutscht Hehehe So Wurder eröffnet Umfasst 8 Einfahr 64 Richtungs Und 7 Ausfahrgleise Hintereinander angeordnet Hintereinander Achso In hintereinander angeordneten Gleishafen Okay Ich werde jetzt gerade 3 Parken Darüber hinaus geschossen Hehehe Leul So Richtung West 8 Einfahrgleise 50 Richtungs Und 9 Ausfahrgleise In Nebeneinander angeordneten Gleishafen Wahnsinn Ja gut Andererseits Die Convois Die sind halt einfach Abartig lang Die sind abartig lang Die sind teilweise ja 2 Kilometer lang Oder noch länger Ich glaube der längste wurde mit 3 Wer wundert es mich eigentlich Dass die Kupplungen das überhaupt mitmachen Gerade bin ich so eine Bergstrecke fahren Ähm Mich wundert das auch Vor allem weil das Kupplungssystem bei denen Das haben die auch nie wirklich Verändert Du hast immer noch diese Die doppelseitige Klemmkupplung Äh Äh Mittelkupplung Die fahren zusammen Die haken sich ein Äh Und dann wird da ein Sicherungsstift durchgezogen Ja das war's Ähm Da muss man auch dazu sagen Ähm Da gibt es häufiger Kupplungsabrisse als hier in Europa Ja wundert mich aber auch nicht Gut da könntest du dir ein bisschen entgegenwirken Wenn du halt Äh Eine Supporter-Lokumativ irgendwo in der Mitte drin hast Die dann ein bisschen Die Die Den Zug weg nimmt Ja das konntest du oder Du müsstest halt in alle Wagen einmal Äh Richtig Geld investieren Dass die Äh Bremsen elektronisch angesteuert werden können noch Also dass da nochmal Äh Ja Also eine direkte Bremsung möglich ist Ja aber was bringt dir das bei der Bergfahrt? Was? Ja bei der Bergfahrt wenn du nach oben fährst Bringt dir das ja nicht sehr viel Weil das ganze Gewicht ja 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 gut Beim Fahren nicht aber beim Beim Äh Bremsen Äh Wird es schon helfen Äh Die amerikanischen Züge die haben nämlich auch ein Problem was in In Deutschland ist es kein großes Problem aber weil es die kaum noch gibt Äh Einlösige Bremssysteme Die USA die haben das nur Ich glaub du musst mal ganz kurz beschreiben was das ist Einlösiges Bremssystem das heißt äh wenn die Bremse angelegt ist also wenn wir die Druckluft bremsen ähm 5 Bar Leitung und äh die Luft wenn die abgelassen wird Anders Du hast ein Luftbehälter der wird gespeist aus der 5 Bar Luftleitung Äh da ist die Luft drin die in die Bremsen reingeht Wird die Hauptluftleitung entleert schlägt ein Ventil um und aus dem äh Luftbehälter strömt die Luft in die Bremszylinder rein So äh das einlösige Bremssystem das ist wenn du die HL nur leicht wieder auffüllst schlägt dieses Ventil automatisch wieder um und entlüftet die Bremsen und zwar komplett Im Gegensatz zum äh mehrlösigen System da kannst du äh stufenweise da spielt es keine Rolle ob du nur 1 Bar 2 Bar oder 3 Bar in die Hauptluftleitung reinfüllst ähm der Druck im Bremszylinder der passt sich an Also dieses Ventil was da drin ist das schlägt immer wieder zurück also hin und her dann Ähm das einlösige Bremssystem das ist jetzt mittlerweile am meisten verbaut die einlösigen die gibt es noch äh unsere Züge haben das zum Beispiel aber wir haben ja auch noch das direkte Bremssystem das äh elektronisch die äh Steuerventiler halt ansteuert Du Chris kannst du noch mal ein bisschen Retour fahren Ja Vorbei warte mal Mal kurz überlegen Na bring mal kurz deinen wieder reinbringen Dann fahr ich erstmal Das dass wir deine Wagen wegbringen Dann musst du jetzt noch nicht rückwärts fahren So Ja gut hätte ich jetzt auch machen können Wäre jetzt kein Problem gewesen Ja du bist recht weit rückwärts fahren Wärts dann mit dem ganzen Comboi anders gefahren Ähm so diesmal mal Oh ne Kannst schon auf mich zukommen Ja 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 Aber nicht auf Tuchführer gehen Ich bin Husky, ich darf das. Bei den letzten zwei Wagen hätte ich dort gern einen Schmutzwerk geben, aber dann muss ich anders reinfahren. Oh, fuck, 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 fuck. Was machst du? Nix. Gar nix. Vielleicht soll das Dorn halten. Ich habe schon angehalten. Du bist ein Gleist. Nein, das sieht nur so aus. Ja, ist klar. Ähm, shit. Einmalig aufgepasst. Das war so klar. Als wenn wir einmal perfekt fahren würden. Nein, das schaffen wir nicht. Gott sei Dank nicht allzu viel passiert. So, dann bringen wir mal die zwei Loks. Entgleisung gehören bei uns. Entgleisung gehören bei uns dazu. Und zum guten Ton. Ja. Ich hätte da vielleicht die Bremse anbieten sollen. Es ist ein guter, hier zum guten Ton. Es ist eine Tradition schon geworden, kannst du sagen. Das will mindestens einmal ein Gleisen. Aber die Euronie ist es halt, dass es hier unten im Flachen passiert. Und nicht auf der Bergstrecke, wo es eigentlich vermutet hätte. Ich tue mal langsam in deine Richtung. Ja, so schnell wir zähle ich frei. Ja, trotzdem. Zehn, eins, zwei, drei noch, die ich aufbreisen muss. Bei uns auf Arbeit würden wir jetzt sagen, ich möchte hier nicht fest rosten. Guten Abend, Nico. Moin, Nico. Er fahrt bloß nicht hinten rein. So, ich glaube, das sollte reichen. Du machst aber auch Sachen. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich bin der Weiche. Wäre die richtig gewesen, wäre nichts passiert. Ich soll das echt mal implementieren, dass man auffahren kann. Äh, ja. Wenn echt, weil der hat einfach, äh, rumswitcht. Obwohl, ähm, ja. Das kann dir aber in echt auch passieren, dass wenn du über so eine Weiche dann drüber fährst, anstatt dass die, ähm, dass du die auffährst, dass du dann den Gleist. Kann tatsächlich passieren. Ja, aber doch nicht zu einer 100% Chance, wie es hier immer passiert. In echt wäre es, in echt wäre es nicht so einfach, wieder aufzugleisen. Äh, das stimmt, weil dann darf erst der, ähm, der große Kranwagen ankommen. Man darf nicht vergessen, äh, so ein, also ich gehe jetzt mal von einer Lok aus. Selbst wenn du, ähm, eine leichte Lok hast. Die wiegt schon, äh, ja, so ihre 80 Tonnen. Also zwischen 60 und, ich glaube, die schwerste, die ist, lass mich nicht lügen, 120 Tonnen ist die, glaube ich. Ich wüsste es gar nicht. Nico, was ist da passiert? Nix, das war ein Kunstwerk, wir wollten was ausprobieren. Alles geplant. Kunstwerk. Ein neues Kunstwerk, ich nenne es Entgleisung. Nein, aber, ich habe gedacht, im Echt fürs, ähm, Wiederaufgleisen, da kommt dann die deutsche Bahn mit einem Spezialkran, der das Gewicht auch packen kann. Und dann muss das jetzt wieder hochgehoben werden. Je nachdem, wie die Lok aussieht, wird die auch einfach dann abtransportiert oder auf Hilfsdrehgestelle platziert, die dann, und die wird dann als Wagen mitgezogen. Aber stell dir mal vor, die tun das Experimentieren, dass du hier mit so einem, mit so einem Kran rankommen musst. Oh Gott. Es wär's doch... Ich glaub, mein Verband ist wieder heilig. Ja, das sieht gut aus. Tatsächlich. Ausnahmesweise bin ich von dir gar nicht gewöhnt. So, ich werde jetzt da einmal um die Kurve rumfahren, und dann komme ich dir zur Hilfe. Okay. Da kannst du mal schauen, dass du so weit fährst, dass der Mannschaftswagen über der Kunstwerkstelle ist, die ich gerade gehabt habe. Okay, da muss ich ein bisschen abschätzen. Wieso rufen die nicht Bravura an? Er hebt die doch einfach wieder rein. Wenn ich das in echt könnte, dann könnte ich einen Haufen Geld damit machen. Ja, konntest du tatsächlich. Also ein Einsatz, vor allem wenn die Strecke dann dadurch gesperrt ist, ja, das kostet Unsummen an Geld. Wir reden hier nicht von ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend, das spielt sich dann schon wieder im Millionenbereich ab. Ja, würde ich sagen, so halbe Millionen, komm nicht mal vorbei, heb's mal schnell rein. Ich glaube, du bist da drüber. Scheiße, das war das Falsche. Egal, bin jetzt ein bisschen weiter. Wir werden zuerst bald das kleinste Gleis wieder voll machen. Kannst du eigentlich schon wieder zu mir kommen? So ruhig geht's im Spiel, wenn nix da ist. Mhm. Aber nicht so schnell. Wie ist es denn mit den Zuschauern? Habt ihr das neue Beta-Update mit einem Physik-Update schon ausprobiert? Wie ist eure Meinung schon zu dem? Sing doch, Babura. Ja, bestimmt nicht. Nee. Da muss ich noch ein bisschen mehr Apfelmus trinken, bis ich singe. Apfelmus? Was? Was? Ja, ich würde mal schätzen, 50 Meter hast du noch. Hm. Und noch ein bisschen Apfelmus trinken, das hab ich aber auch noch nie gehört. Nicht Mus, Most, Apfelmost. Apfelmost. So. Oh, der gute Stoff. Langsamer. 20. 10. 5. 2. Bleib stehen. Wow, das sind jetzt 30 Zentimeter vom Prellburg. Krass. Passt doch. So, dann tun wir die Bremsen hier anlegen. Also, ich bin nicht in den 5000er reingefahren. Ja, alles gut. Ich würde sagen... Die Lok muss ja nicht durchstehen. Ich würde gerade ein paar, äh, viele Insider-Witze reichen. Äh, weiße. Wir mussten vielleicht erklären. Sind nicht Alibane. Ja. Okay. Ähm. Kannst du wieder fahren, by the way. Ja. Äh. Steuerung. Bremse. Ja. Und zwar, punktförmige Zugbeeinflussung. Eines der Sicherungssysteme, die wir auf Zügen heutzutage haben. Äh. Die funktionieren über Magnete. Über Elektromagnete. Mit einmal 1000 Hertz. Es gibt noch einen 500 Hertz Magneten und einen 2000 Hertz Magneten. Ähm. Der 1000 Hertz Magnet, den müssen wir quittieren. Ansonsten, äh, tun wir das... Ja. Tun wir das nicht oder zu spät. Äh. Ja, wenn wir gebremst. Es ist immer das, wo ich in meinem Trainseminator scheitere. Liebe Leute, falls ihr das Stream kennst. Genau. So, ich komm mal wieder zurück. Ja, passt gut. So, äh, der 500 Hertz Magnet, ähm, ist auch normal. Wenn du da zu schnell drüber fährst, nachdem du den 1000 Hertz quittiert hast, äh, dann bremst der dich ab. Und der 2000 Hertz, der liegt zum Beispiel an Signalen. Äh, an Hauptsignalen. Wenn die auf Rot sind und du ballerst da drüber, paff, ohne dass du irgendwas machen kannst oder könntest, zack, du stehst. Definitiv. Also der, äh, der ballert dir sofort eine. Und dann gibt es noch so den Witz unter Eisenbahnern, der 5000 Hertz Magnet, also der Prellbock. Wenn du dagegen fährst, dann stehst du auch. Nur, äh, da kannst du auch davon ausgehen, dass, äh, eine Menge Schaden verursacht wurde. Na gut, nicht unbedingt. Kommt auf an, wie schnell du reinfährst. Ja. Äh, 20 Meter. Ähm, ja. Spielt letztendlich aber auch keine Rolle. Es zählt auch als Haltverfehlung. 10. In dem Fall sogar als... Anhalten. Das war jetzt vielleicht 10 Zentimeter vorm Ende. Hehehehe. Hier ist ein Profi am Werk. Na, ich merk's. Hehehehe. Okay. Warte mal, dann nehmen wir mal... Ja, hoppelt. Ich überleg grad... Nehmen wir mal den da. Ja, kannst du wieder abdüsen. Okay. Ja. Ja. Wie gesagt, ähm, Preibok, es spielt in dem Sinne nachher auch keine Rolle, wie schnell du dagegen gefahren bist, weil, ähm, es zählt als Signalverfehlung mit Betriebsgefahr. Und Betriebsgefahr, äh, das heißt, du bist erstmal aus dem Fahrdienst weg für eine ganze Weile. Du musst, äh, wahrscheinlich nochmal die Prüfung ablegen. Hehehehe. Wenn... Also wenn alles gut läuft, sag ich mal so. Wenn da alles gut läuft. Und Retour. Das Unternehmen, das kann auch, äh, sagen bei sowas. Äh, ne, vielen Dank, du arbeitest dann nicht mehr bei uns. Das ist schon dann ziemlich blöd. Du kannst dadurch auch, äh, deine Zulassung, äh... Ja. Die ganze komplett verlieren. So. Wieder einen Sensor. Was habt ihr da im Sensor? Ähm, nein, es rumste einfach nur. Und ich glaub, man zieht's auch. Es rumste, man hört es, man... Man sieht es, ja. Äh, und ja, es muss gemeldet werden. Generell jede Zwangsbremsung auch, die wir da bekommen, die muss auch gemeldet werden. Alles Mögliche, du musst alles melden. Da wird kein Weg dran vorbei. Wird das nicht sowieso digital protokolliert? Ähm, ja, du hast halt in der PZB die... Äh, die zeichnet das auf. Mach's mal? Die PZB, also punktförmige Zugbeeinflussung, äh, die ist ähnlich wie die Blackbox, äh, bei Flugzeugen. Also die zeichnet alles auf. Okay, also ein kleiner Bumper macht nichts. Keiner hat's gehört. Ja, aber jetzt ist es so... Na, du... Es wird schon dann festgestellt. Die gucken ja auch... Du kannst es ja auch nicht mal eben rückgängig, äh, machen. Hört mal stehen. Zumal... Zumal wenn andere das gesehen haben, dann wird das recht kritisch. Ja, außer da bist du im Bielefeld, da kriegt's keiner mit. Ah. Ja. Ja, Chris. Das passt so. Gut. Ähm, können wir eigentlich die Lok so lassen. Was machst du? Kann man so lassen? Okay. Ja, ja, lass sie da. Okay, gut. Dann... Dann können wir eigentlich noch die zwei Wagen da hinten abladen. Dazu müssen wir aber unsere Doppeltraktion einmal umsetzen. Auf die andere Seite. Abkoppelt habe ich schon mal. Du kannst eigentlich dann über die Weiche da... Die stellst du dir für den Rückweg. Boah, das muss ich ja auch mal neu machen. Ist sehr schön. Hm... Na gut. Zeugen beseitigen. So. Zumindest in der aktuelle Gesellschaft mit den Zwombies. Da kriegst du für mich eh nicht mit. Hm. Zeugen beseitigen. Zeugen beseitigen. Ja, Zeugen beseitigen wird etwas schwierig. Anhalten und retour. Was ist denn so das Witzigste, was dir im Bahnalltag passiert ist? Das Witzigste? Oh. Also, abgesehen von der Deutschen Bahn. Abgesehen von der Deutschen Bahn. Das ist eine Sache, die tatsächlich häufiger passiert, als man denkt. Leute, die sich verfahren mit den Zügen. Also, die in den falschen Zug einsteigen. Wir hatten einen, der wollte eigentlich von Höxter-Ottbergen nach Göttingen. Das ist so eine Strecke... Boah, was sind das? Ich glaube, 40 Kilometer. Ja. Ist aber in Höxter-Ottbergen in den falschen Zugteilen von uns eingestiegen. Und ist dann runter bis nach Kreinsen bei Nordheim. Da ist er dann auf einmal gelandet. Das passiert häufiger. Ansonsten... Muss ich jetzt... Muss ich jetzt echt überlegen. Aber wie gesagt, das ist somit eine der witzigsten Sachen immer. Weil wenn du denen dann sagst, ja, haben sie denn nicht aufgepasst auf die... auf die Durchsagen bei uns in den Zügen? Nur ich hatte Kopfhörer drin. Ich habe Musik gehört. Der Zugfahrer. Ähm... Es passiert auch, dass, äh... Ja... Mit dem Zugverfahren... Es kann tatsächlich passieren, wenn der Fahrdienstleiter dir eine falsche... Also dir eine Weiche falsch, äh, stellt. Ähm... Dann verfährst du dich. Du bist auf einmal auf eine Strecke abgeleitet. Äh... Auf die du gar nicht willst. Oder auf die du gar nicht... Eigentlich gar nicht darfst. Ja, komm mal zu mir. Ähm... Ich habe da letztens ein Video postet im Kanal. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast. Äh... Mit dem ICE. Mit dem Zweiteiligen. Wo der... Eine Teil... Ich glaube der vordere war es, sollte nach Hamburg. Und der hintere sollte nach Berlin. Und dann haben sie es aber vertauscht. Die sind dann... Alle beide in die falschen Richtungen gefahren. Also Hamburg ist nach Berlin gefahren. Und der Berliner nach Hamburg. Ah... Nein, das war nach... Das war nach Bremen und Hamburg. Oder nach Bremen. Okay. Ich habe das... Ich habe das Video... Äh... Gesehen. Vor allem... Die Ansage von dem... Äh... Ja, von dem... Netten Herrn... Äh... Von dem Zugchef. Da... Das war gut. Das war... Das war... Der wusste ja wirklich nicht, was er sagen sollte. Schon ziemlich viel, ne? Der wusste gar nicht, wie... Ja, wie soll er das... Wie soll er das den Leuten beibringen? Ja, entschuldigt... Ich weiß jetzt nicht, wie ich ihnen das erklären soll. Ähm... Was was, liebe Leute? Auf Twitch zeige ich das mal. Für alle, die es noch nicht kennen. Äh... Jetzt muss ich mal schnell den Link raussuchen. Äh... Upsadä... Das war falsch. Tudududä... Äh... Irgendwo beim Memes... Sechst du wieder Unartiges? Ja, Discord. Ist ganz schlimm. So... Dann machen wir grad die Musik... Aus... Ja! Vielen lieben Dank für den Follow! Dankeschön! Ähm... Söderle... Entschuldigung, dass ihr das... Das ist grad so sieht... Ist jetzt nur akustisch. Hört's einfach mal hin! Ja, meine Damen und Herren... Ich bitte einmal kurz ganz wichtig... Um Ihre Aufmerksamkeit... Der gesamte Zug war ja vorhin bestehend aus zwei Zugteilen und im Original sollte unser Zugteil der hintere sein, der dann auch nach Bremen fährt. Der vordere Zugteil IC632, der vorhin bis Hannover noch dran war, sollte der vordere Zugteil sein, der dann auch weiter nach Hamburg fährt. Mir fällt es echt schwer, das jetzt vernünftig ohne Lachen auszudrücken. Es wurde verbockt. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Hamburg. Ja, wir sind jetzt wirklich auf dem Weg nach Hamburg. Verkehrsleitung ist informiert, es wissen alle nötigen Stellen Bescheid. Ich warte jetzt selbst auf Information, wie es weitergeht. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir mit diesem Zug hier bis Hamburg-Harburg fahren und dann nach Bremen zurücksetzen. Das ist aber wie gesagt erst einmal nur eine grobe Einschätzung meinerseits. Ich warte noch auf reelle Informationen von der Verkehrsleitung. Sobald ich diese habe, meine Damen und Herren, werde ich diese umgehend an Sie weitergeben. Bitte diesbezüglich noch um Geduld. Vorab einmal schon die Information, dieser Zug hier wurde viel geleitet. Wir sind jetzt hier auf der Strecke Richtung Hamburg anstatt Richtung Bremen. Und bis wir dann in Bremen wirklich angekommen sind, auch wieder eine grobe Schätzung wird es nach 14 Uhr sein. Wie gesagt, sobald... Ja, machen wir das mal wieder aus. Das ist einfach zu geil. Ja, das ist Wahnsinn. Also die Deutsche Bahn, die haut ja immer wieder Klopper raus, aber das ist glaube ich bislang der Größte. Ich glaube, ich war schon ein bisschen angepisst, wenn ich im ICE drin wäre. Ja, dezent. Aber gut, überall da, wo Menschen arbeiten, da passieren nun mal Fehler. Gerade wenn es um solche Zugteilungen geht. Ja, wir wissen eigentlich schon vorher, wo wir hinfahren. Wir haben ja unsere Fahrpläne vor uns liegen. Kann aber auch immer mal wieder vorkommen, dass du auf einmal umgeleitet wirst. Also dann Alternativstrecken fährst. Kannst du erst mal bis noch da hinten fahren? Ich sag mal jetzt hier so, Regionalverkehr hast du das weniger, aber Fernverkehr hast du das doch ganz gerne mal. Schon irgendwie traurig. Ja. Wie gesagt, normalerweise haben wir eigentlich unseren Fahrplan und ich denke mal auch hier, der Lokführer, der hat schon irgendwo gemerkt, hm, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Fragst du doch mal nach. Eine andere Richtung. Der hat dann wohl nachgefragt. Oh, du, das tut mir leid, ich habe dich jetzt versehentlich falsch geschickt. Viel Spaß, das dem Zug zu erklären. Viel Spaß, den Fahrgästen das schonend beizubringen. Ja, das ist gut. Wir Lokführer, wir sind meistens eh vorne drin. Wir können unseren Führerstand abschließen. In manchen Zügen hast du den, auch gar keine direkte Verbindung zum Fahrgastraum. Ähm. Aber, ja. Der Rest vom Personal, also die Kundenbetreuer. Ja, mach mal langsam. Ja. Die sind dann schon... Das könnte ich ja nicht machen. Vor allem, wenn die Leute dann dauerangepisst sind. Ja, machen möchte ich es auch nicht. Da fahre ich lieber die Züge. Und gut. Aber wie gesagt, nee. Wir haben eigentlich unseren Fahrplan, an dem wir uns halten. Die sind dann auch entsprechend zugewiesen. Aber gerade bei, ich sag mal, wiederkehrenden Zugfahrten, nennt sich das auch. Abfahrt? Bisschen. So, ab da. Und... Was steht dir das mal vor mit anderen Transporten? Ja, wir wollen in Hamburg landen, sind jetzt in Frankfurt. Aber beim Flugzeug, da steht es ja noch viel offensichtlicher, wo du hingehst und wo du landest. Also gerade mit dem Modernen. Ich bin ja selber ein bisschen am Fliegen nebenbei. Also, ich stelle es mir eigentlich unmöglich vor, dass du falsch landest mit den Instrumenten, die du hast. Außer du bist irgendwie voll verpeilt. Also... Es kann durchaus passieren. Also, niemand ist fehlerfrei. Um Gottes Willen. Ja, aber es wird dir ja angezeigt, wo du landest und wo es hingeht. Und meistens, gerade beim Airbus und Co, gibst du ja vorab deinen Flugplan ein und sagst dir, wo ich hinfliegen soll. Über welche Punkte. Bis zum Endflughafen. Okay, wenn du es da falsch ein tippst. Ja, aber du tust ja dann vorher mit dem ATC kommunizieren. Und dann müsste auch da schon mal auffallen, dass du vielleicht mit dem Falsch quatscht. Ich habe gedacht, bis jetzt, die Bahn wäre hochdigital. Ich weiß nicht, was machst du denn? Guter Witz. Wo bist du? Was? Ich bin auf der anderen Seite, oder? Ja, du müsstest schon angucken. Aber du musst mich voll wiederhaben. Ja. Ui. Thema verfallen. Ähm. Hochdigital. Ähm. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt tatsächlich sagen? Ähm. Also die Loks. Ähm. Generell. Ähm. Ähm. Wir haben als Betriebssystem, und das ist kein Scherz. Ich wünschte, ich, äh, würde mir das ausdenken, aber nein, es ist so, äh, als Betriebssystem Windows 95. Brandaktuell. Ja. Sehr aktuell. Aber es, äh, funktioniert. Und man hat sich wirklich nicht getraut, einfach, äh, da Upgrades reinzumachen. Aus, ja, verschiedenen Gründen. Du müsstest das ja auch kennen. Ja, das ist auch eine Geldsache, ne? Es ist, zum einen ist es eine Geldsache, weil dann, ein neues Betriebssystem, das zählt zum Beispiel als, äh, Baureihenveränderung. Also, das, äh, kannst du dir vorstellen, wie eine Einzeleintragung beim TÜV. Hier in Deutschland. Sehr teuer, sehr aufwendig, und du musst es für jedes Fahrzeug machen. Es ist nicht so, ähm, angenommen, du fährst zum TÜV hin, willst dir, was weiß ich, äh, ein Sportlenkrad, was du hast, das willst du dir eintragen lassen. Jetzt hat das genau bei dir schon mal einer eingetragen. Äh, bin ich dran? Ja, ja, bist auch schon angekoppelt. Kannst du eigentlich in die, in die andere Richtungen wieder abdüsen. Ja. So. Äh, wo war ich jetzt gerade? Äh, Baureihenveränderung, äh, Baureihenveränderung, genau, äh, beim, beim Auto, das ist ja so mit dem, äh, TÜV. Du baust den Sportlenkrad ein, und das willst du eintragen lassen, oder musst du eintragen lassen. Und, das hat vor dir schon mal einer eingebaut, genau dass, äh, selbe. Denn ist beim TÜV schon mal hinterlegt, okay, das wurde schon mal in der Baureihe eingetragen, das, äh, also in einem Auto eingetragen, äh, da gibt's keine Probleme bei. Hier, wo hast du denn Gutachten? Und, bei, ähm, bei Zügen muss jedes Einzelne abgenommen werden. Was mir dazu jetzt gerade einfällt, beim, beim, beim Flugzeug gibt's das, gibt's das ähnliche mit dem Logbuch. Ähm, ich hab eine Doku gesehen, da wollten sie den DC-3 retten, und die wär eigentlich technisch in einem guten Zustand gewesen, die haben aber die Logbücher nicht mehr gehabt. Das Problem dabei ist, da steht auch unter anderem drin, wann du welches Teil einbaut hast, revidiert hast, etc. Das ist, das ist so quasi das Tagebuch vom Flugzeug. Und wenn das fehlt, dann wird automatisch angenommen, dass die Sachen scheiße sind, was einbaut sind, beziehungsweise du, äh, nicht mehr verwenden darfst. Und darfst den quasi austauschen, damit du einen neuen Eintrag drin hast. Sprich, alles nochmal neu machen, kostet einen Haufen Geld. Und schlussendlich haben sie dann das Flugzeug nicht retten können, nur weil das Logbuch gefehlt hat. Obwohl es technisch, so wie es ausgesehen hat, super ausgesehen hat. Ja, das ist das nämlich. Also du kannst jetzt bis zum, äh, Holzfäder wieder zurückfahren. Achso, gut. Also gut, ich. Ich geh mal wieder nach hinten. Ich glaube, ich stelle auch weniger laut. Ah, warte mal, halt, 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 halt. Äh, ist die Weiche da richtig? Ja, ist richtig, okay. Huh. Dachglatte wärst du jetzt dann mit Vollgas auf die Lok drauf. Blöde. Was macht denn das Wasser bei dir? Äh, ja, vier, fünf. Sagt er mir an. In der Hunde eins. Okay, alles klar. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Wir sind gleich wieder da. Für euch gibt es Musik. Und wir fahren währenddessen mal zum Holzfäder. Bis gleich, hier auf dem Kanal. Mhm.